Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist gerade 11.18 Uhr am 12. August und bevor ich mit den eigentlichen zwei Themen anfange, gibt es erstmal noch zwei Sachen die ich gerne ansprechen möchte. Weil wir sind mal wieder zwei Fehler unterlaufen. Der erste Fehler, es gibt einen Spielmann Zug in Velen und einen Spielverein. Ja, und da habe ich immer was Falsches gesagt. Aber alle guten Dinge sind ja drei und danke an den Neunfinger loben, der mich immer darauf hinweist, dass ich was Falsches sage. Ja, gestern habe ich den Rundgang auf der Kirmes in Heiden hochgeladen und da ist mir der Fehler unterlaufen, da ich die ganze Zeit Game gesagt habe. Aber Fehler passieren jeden, auch den großen YouTuber Gronkh und wie sie alle heißen. Es kommt mal vor. Ja, das waren die zwei Themen, die ich ansprechen wollte, die ich denke wichtig sind, damit ihr sie wisst. Ja, zu Quietschi. Quietschi ist mein Maskottchen, war jetzt eine lange Zeit in Miami im Urlaub und möchte euch gerne etwas über den Urlaub erzählen. Also Quietschi, dann erzähl mal. Ja, Quietschi hat noch ein bisschen Jetlag. Deswegen geht sie wieder schlafen. Sie erzählt, das Wetter war schön, sie war oft am Strand und und und. Aber jetzt ist Maskottchen Quietschi auch wieder zurück. Ja, und zum nächsten Punkt. Fizzitspringer, Fizzitspinner. Ja, ich habe ja dazu gesagt, ich möchte mir keine Sorgen. Aber ich habe es doch getan. Und ja. Ist schon schön so ein Ding. Ich habe ihn hier in grün. Ich muss sagen, ich habe ihn auf der Arbeit ausprobiert und sage mal so. Er hat mich schon echt beruhigt, hatte ein bisschen Stress mit dem Kollegen und ja. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Test. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ihn hört. Ja, das waren meine Themen, die ich ansprechen wollte und danke nochmal an den dollen Support meiner fast 1200 Abonnenten auf RobinTV. Danke auch an alle Liker, Subscriber und 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 und. Ja, ihr seid der Hammer. Ich finde es schön, dass ihr dabei seid. Auch wie in diesem Falle mache ich einen Reupload dieses Video. Und schön, dass ihr die, die schon geliked haben, nochmal liken. Das ist wirklich schön. Ciao mit V, euer Robin. Und denkt dran, auch YouTuber sind nur Menschen.